Herzlich Willkommen hier beim WeLoveMMA Podcast. Es ist mal wieder Preview Time. UFC 263, zwei Titelfights plus ein Nate Diaz-Fight. Viel Spaß bei dieser Episode. Lasst vorab aber gerne einen Daumen nach oben da, falls ihr das Ganze auf YouTube hört oder ein Follower bei Spotify oder auf iTunes gerne eine Bewertung. Kommen wir aber direkt mal zu UFC 263 und diese Main Card hat es auf jeden Fall in sich. Ihr habt wahrscheinlich schon sehr viel über dieses Event gehört. Klar, Nate Diaz ist drauf. Adesanya ist drauf, Figueiredo ist drauf und von Figueiredo versus Brent Moreno habe ich ja letztens schon mal hier im WeLoveMMA Podcast eine Episode gemacht, dass dieser Kampf sehr stark unterschätzt wird. Ansonsten haben wir Paul Craig gegen Jamahal Hill, Damien Mayer gegen Belal Muhammad. Sehr spannende Geschichte. Belal Muhammad, der hat ja zuletzt gegen Leon Edwards gekämpft und das war der Fight von Leon Edwards, sein Comeback-Fight, der in der zweiten Runde abgebrochen wurde. Also ein ganz, ganz unglückliches Comeback. Nichtsdestotrotz kein starker Fight gewesen von beiden, einfach weil er viel zu kurz war. Nur zwei Runden, beziehungsweise eine Runde effektiv anstatt fünf. Damien Mayer, absolute Legende. Vielleicht sogar der beste Grappler in der UFC. Also definitiv, was Submissions angeht. Brasilian Jiu-Jitsu sehe ich Damien Mayer mindestens in der Top 3. Und dann kommen wir schon zu den drei, fünf Runden-Fights. Edwards gegen Diaz, Davison Figueiredo gegen Brent Moreno und Adesanya gegen Vittori. Und da fangen wir direkt bei Edwards versus Diaz an. Also prinzipiell sind viele auf der Seite von Leon Edwards und denken, dass er das Ganze relativ locker machen wird. Und eigentlich würde ich dabei sogar zustimmen. Also eigentlich sehe ich Leon Edwards als den kompletteren Fighter. Auf der anderen Seite müssen wir verstehen, dass Leon Edwards sein letzter Sieg jetzt auch schon zwei Jahre her liegt. Und das gegen ein Rafael dos Anjos. Ich bin ehrlich, was die Competition angeht, hat Diaz in meinen Augen die besseren Leute gekämpft. Also Nate Diaz, seine letzten drei Gegner waren Mars Vidal, Pettis und McGregor. Okay, McGregor war auch vor fünf Jahren. Dürfen wir nicht vergessen. Und das ist wirklich heftig. Also Nate Diaz hat in den letzten fünf Jahren drei Kämpfe gehabt. Und davon hat er zwei verloren. Das ist zumindest die offizielle Statistik. Und Leon Edwards, der hat gegen RDA gekämpft. Dann gegen Gunnar Nelson, Donald Ceroni, Peter Sobotta. Den kennen wahrscheinlich sehr viele von euch. Also wo sind da die Top 5 Leute? Ich glaube keiner von denen war zu dem Zeitpunkt in der Top 5. Es kann sein, dass Rafael dos Anjos, doch Rafael dos Anjos war die Nummer 3 tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Spannend, ja, Rafael dos Anjos hatte aber auch immer diese heftigen Niederlagen gegen einen Usman vorher gehabt, gegen einen Colby Covington. Also wir müssen den Kontext verstehen. RDA war offiziell auf Platz 3 in der Gewichtsklasse. Auf der anderen Seite hatte er zwei seiner letzten drei Kämpfe verloren, vor dieser Edwards-Niederlage. Wie repräsentativ jetzt die Nummer 3 war? Gut, das steht auf einem anderen Blatt Papier, darum soll es auch gar nicht gehen. Aber Leon Edwards hatte nicht die so starke Competition. Und warum ich davon ausgehe, dass Nate gewinnt, ist einmal, dass wir dann fünf Runden fight. Und B, Edwards war sehr, sehr stark an Covid erkrankt. Brutale Probleme gehabt mit Covid. Ich denke, das wird ihn so massiv beeinträchtigen, dass er fünf Runden nicht durchhalten wird. Wenn Leon Edwards gewinnt, dann durch Nate Diaz seine ledrige Haut, die da sehr schnell aufreißt und aufplatzt. Dann kommen wir zum Co-Main-Event. Viel kann man darüber wirklich nicht viel sagen. Schaut euch auf jeden Fall Figueredo vs. Moreno 1 an. Ich denke, wenn man diesen Kampf gesehen hat, dann hat man ganz gut schon die Basics gelernt für diesen zweiten Fight. Klar ist, wir versprechen uns sehr, sehr viel von diesem Kampf, einfach weil der erste Kampf so grandios war. Und ich denke, Figueredo wird auch abliefern. Ich denke, Moreno wird auch abliefern. Beide sind dafür bekannt, dass sie brutal stark abgeliefert haben. Und vor allem mit Figueredo. Leute, wann hatte Figueredo das letzte Mal einen langweiligen Fight? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Dementsprechend kann man sich wirklich auf diesen Fight mega freuen. Und im Main-Event haben wir Adesanya vs. Vettori. Marvin Vettori hat in seinen letzten Fights ordentlich performt. Adesanya sowieso. Und ich denke nicht, dass Vettori an Adesanya vorbeikommt. Und jetzt müssen wir eins verstehen. Jetzt kommt ein bisschen MMA-Mathematik at its best. Aber ein bisschen was ist da wahrscheinlich dran. Marvin Vettori konnte gegen Kevin Holland durch ein starkes Ground-Game gewinnen. Und Derrick Brunson hat mit derselben Taktik ebenfalls gegen Kevin Holland gewonnen. Kevin Holland hatte also keine Chance gegen einen Takedown von Vettori oder von Derrick Brunson. Und Adesanya, der hatte schon mal gegen Derrick Brunson gekämpft und hat dort, ich glaube, jeden einzelnen Takedown abgewehrt. Es ist nochmal was anderes, wenn ein Vettori ein Takedown an dir versucht oder ein 93 Kilo schwerer Pole wie Jan Blachowicz. Und dementsprechend, denke ich, wird Vettori sehr starke Probleme damit haben, Adesanya zu Boden zu kriegen. Adesanya ist im Stand der Bessere. Vettori hatte starke Probleme im Stand gegen Kevin Holland. Und deshalb, denke ich, wird Vettori alles dafür tun, dass er auf den Boden geht. Es kann sein, dass dieser Fight-and-Snoose-Fest wird. Nichtsdestotrotz wird es aber ein geiles Event. Und der nächste Pay-Per-View? Ja, das ist schon nächsten Monat. Dann haben wir Conor vs. Pori. Also Leute, ich bin auf eure Prognosen gespannt. Link für einen Gratis-Monat. Beide Sorgen gibt es am Samstag in der WeLoveMMA-Instagram-Story. Also checkt da gerne mal vorbei. Und dann würde ich sagen, haut mir eure Prognosen rein. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Viel Spaß am Wochenende. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.